so hallo und weiter geht es ich hoffe ja dass es diesmal vielleicht ein bisschen ja ich weiß ja nicht funktioniert oder so das wäre schon ziemlich geil wir spielen da verdammt falsche taste ich brauche das z ja z habe ich gut wir spielen einfach noch einmal das wird schon irgendwann gehen glaube ich du kaputt kaputt bin jetzt mal nicht im vollbildmodus ich habe das vorher auf dieser unglaublichen hammerqualität halt warte scheiße ich darf ja gar nicht zu viel einsammeln ich muss ja den da hinten noch töten geht kaputt geht kaputt nein ich will das nicht einsammeln ich will das nicht einsammeln ich weigere mich nein nicht ihr ja du du nein du 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 kack wie ich du sollst kaputt gehen na endlich okay herr mit dem leben ja komm schon ernsthaft oder mir jungen hier noch komm weg 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 ich bleibe mir so schade alter und sogar fast noch gestorben peinlich ja ich sollte vielleicht erst gucken wohin jawoll das geht doch schon gut los ach du scheiße ey super jetzt jetzt ja jetzt habe ich mich nicht blamiert jetzt jetzt kriege ich nichts mehr hin jetzt blamieren wir ja doch wieder okay wir haben es weit geschafft komm du bist so langsam du schneidechnase nix kannst du blöd ich mach dich vielleicht mal kaputt na ja diese unglaubliche action ist schon ähm erstaunlich wow 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 heavy hardcore heavy hardcore heavy hardcore ich sag's dir jetzt dachte ich ernsthaft nicht der hätte mich noch erwischt ne ja ich muss sagen auf windows 7 läuft die aufnahme irgendwie keine ahnung gut besser perfekt also perfekt ja doch eigentlich perfekt ich habe 30 fps ich weiß nicht was ich wo ich meckern sollte kommt geht kaputt geht kaputt vielen dank weiß ich gar nicht jetzt wird fast ein bisschen leicht ne hier geht mal bitte alter hätte ich bloß nix gesagt alle kaputt alle verreckt gehen alle lalala als her aua alter das ist so scheiße mit diesen kack blicken wo hoch wow 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 so dann gehen wir mal hier hin ja alter das ist so scheiße oh 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 haha das ist böse achtung und zack haha jawohl wie waren das ich brauchte ich noch für diese kackfiecher da ne ja genau stimmt du musst mir den level up ermöglichen komm, als als her mit dem Level ab, jawoll jawoll jawoll, jawoll, jawoll das kriege ich hin vielleicht sogar mal ohne Tod das wäre sogar ganz geil ja, dann hätte ich mich zumindest einmal nicht ganz so, oh, nein nein ach komm schon, das habe ich nicht verdient, habe ich nicht sogar Bomben, wie gehen Bomben jawoll mach mal einfach mal, kaputt ja, wobei, ein Tod gehört dazu, ne, ja alter, diese aufwendigen Animationen, diese Hardcore-Grafik ich liebe Janitors einfach ich liebe es, ach, weißt du was das hier hätte der erste Part werden müssen, scheiße der läuft so gut, ne der läuft gut, wir sind schnell, ich feile nicht ganz so schlimm wie vorher immer ah, super jetzt sind die nicht mehr alle in einer Reihe du bleibst da ihr geht alle kaputt ihr geht auch alle kaputt ich mag euch alle nicht haben und komm, 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 komm komm, ah, scheiße ah, scheiße ah, scheiße, die Roten sind kacke, ey die Roten schießen mir zu viel alter ich sehe nichts nein ah, weil ich nichts gesehen habe so ein Scheiß aber auch, ey da freue ich mich jetzt was ach, gar nicht jetzt verarsch dich doch selber, ey ja, ja ernsthaft komm, geh kaputt geh kaputt geh sterben du Drecksack, ja hä alter, was ist denn jetzt los ich fuck ja total ab, ey bin ich zu offensiv, oder wie alter, ja, ja, ja mach den Level doch noch schwieriger klar ich bin so blöd ich bin so blöd ja, und ich laber was von besserer Aufnahme alter, ich hab dieses Spiel schon viel zu lang nicht mehr gespielt dann passiert sowas wenn man ein Spiel nicht lange spielt dann passiert genau sowas komm, ich will jetzt langsam mal zum Endboss, bitte die gehen mir doch so langsam komm, komm das gibt's doch nicht ich krieg die nicht, verreckt ernsthaft, Harakiri ernsthaft vorm Mut ach, komm schon, ey was könnt ihr bitte erst schießen wenn ihr angekommen seid so wie ihr es sonst scheiße was ist denn heute los hab ich ausweisend die falsche Schwierigkeit gewählt, oder verfluchte alter was ist denn heute los komm, geh fereck geh fereck geh fereck du und du gleich A oh Gott ey, das ist doch nie im Leben Standard, oder das glaub ich das glaubst du dem doch selber nicht, ey ich weigere mich das als Standard Schwierigkeit zu akzeptieren ich weigere mich ja, Junge und das war's dann hoffentlich auch gewesen jawohl, war's gewesen perfekt oh Gott ey alter auf 8 Leben runter scheiße ich hab noch 2 Leben vor mir alter ich fail doch jetzt nicht auf normal das kann also das wäre jetzt ein bisschen peinlich muss ich ja ehrlich sagen da hätte ich mich dann voll blamiert und das wäre nicht so schön also wie gesagt ähm bisher läuft's ganz gut ich nehme jetzt nicht mehr im Vollbildmodus auf dafür auf Winter 7 ich hab ja bekanntlich also weiß das weiß eigentlich keiner aber ich hab Winter 7 hab ich mir noch gekauft ey, ja die krieg ich auch noch und euch krieg ich alter, euch krieg ich auch noch alle alle krieg ich euch ja okay vielleicht nicht alle aber 90% 10% Verlust ist immer und die 4. Generation haha ich weiß zwar auch nicht was hier jetzt so besonders dran sein soll aber okay 4. Generation wichtig, ja außerdem ist hier alles voller fetter, hässlicher scheißverfickter Kack Munition das ist nicht schön her damit her damit her damit und weg mit euch weg, weg, weg nein alter ah, jetzt kommt unser Freund hier, ne ach scheiße irgendeiner musste mich ja doch nochmal erwischen ernsthaft er hat überlebt ach komm so langsam wird's doch ein bisschen eichironisch findet ihr nicht auch komm alle weg alle weg alle weg alle weg Drecks Harakiri Arschlöcher ja die brauche ich jetzt danke so jetzt sind wir schlussendlich ja zurückgelegenen Teil des Levels angekommen ich meine das kennt man ja alles schon hier waren wir ja schon mal alter ernsthaft was ist los was geht wieso kacke ich ab ey wo ist mein Skill hin also mein nicht vorhandener freilich aber wo ist der hin na endlich 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 ich brauche so ein scheiß generation shift ich brauche ihn jetzt sofort ich brauche ihn sofort ich kacke heute ab alter ich verliere heute halt ernsthaft ne das ist mir so extrem peinlich boah alter da wäre ich jetzt wieder gestorben scheiße ey boah und diese neue Musik sie ist so unglaublich angemessen zack weg mit euch boah nein oh ist das ärgerlich ja der erste ist weg der zweite ist auch bald weg bestimmt hoffentlich bitte weg alle weg alle weg einfach nur weg ja ach komm schon weg 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 alle weg alle weg nein nein scheiße ey das ist das kotzt mich so an ich sterb ja das war auch noch möglich slow mo langsam muss bewegen alter scheiße ey ich kack total ab ich kack total ab ich verstehe nicht wieso ich check's nicht ernsthaft fuck das kann doch ernst ich verstehe es nicht ich meine es ist schön dass es flüssig läuft dann alles ja aber ich kack total ab god finale generation hallo hallo das ist ich bin der planet janitors wer bist du der mond phase 1 geburt und wie immer keinerlei grüne popelchen kästchen wie auch immer wir können also nicht erfahrung sammeln mhm mhm hier geht's tatsächlich einzig nur um den score ah der ist mir gerade mal so scheißegal ich will hier irgendwie durchkommen alter alter wenn mir das jetzt wieder oder wenn das jetzt wieder nicht klappt ja dann bin ich definitiv dann zocke ich diesen level auf ja war diese zerstörung wirklich notwendig keine ahnung ja wenn das jetzt wieder nicht klappt ne guck mal time läuft ab keine ahnung warum variation wenn das jetzt wieder nicht klappt ey dann spiele ich das auf anfänger ist mir egal ich muss doch irgendwann mal den level schaffen ey das kann doch nicht sein scheiße verpisst euch alle ja oh gott und der säugling kommt ja auch noch ernsthaft was zum fick alter habe ich aus Versehen den level gewechselt wieso zur Hölle das ist nie im leben normal scheiß doch drauf fickt euch alle ey wir glauben ne wir glaubten das wäre die richtige Lösung mein englisch ist so peinlich einfach nur haut alle ab haut einfach alle ab nein haut alle ab haut einfach alle ab ich will zumindest bis zum menschen will ich es noch ja so viel zum thema ich will es zum menschen schaffen ich fress einen besen wenn ich das zum menschen schaffe scheiße leben leben nein die verkehrszeichen na super und diesmal sogar extra schwer ja fickt dich doch einfach fickt dich doch einfach in dein Knie ja da kann ich auch meine Bomben raushauen fickt euch alle na super wenigstens schon die alles muss irgendwann zum Ende kommen das fürchte ich halt leider auch scheiße ich hab verloren hallo besucher ich hab auf dich gewartet ach fickt dich doch einfach ich weiß zwar nicht wo mein Leben herkommt aber ich hab es immerhin schon mal geschafft bis zur phase 4 scheiße einfach nur scheiße ich werde einen scheiß tun und euch angreifen ich sehe zu da hier irgendwie lebend raus kommt nein oh fickt dich doch einfach alter ich liebe diese musik also ich muss ja ehrlich sagen ich werde heute das erste mal das wird heute das erste mal sein dass ich den genitals wirklich verliere weil ich es kommt das glaubt doch selber keiner dass ich den menschen ohne tod wegkriege hier fickt euch fickt euch holt ihn einfach raus holt ihn einfach raus bitte ja war klar war klar scheiße ach komm das kann doch echt nicht sein was zum teufel wieso zur hölle das war doch niemals normal ja super davon kann ich mir jetzt auch kein Eis kaufen ey so ein scheiß aber auch was war denn das ja speicher die ach ist peinlich dafür haben wir jetzt die gute musik wieder ach wie ich einfach jedes mal zu dieser musik mit ja weiter geht's ja das ist doch kacke ey wieso zur hölle ich war doch auf standard user ach keine ahnung wir spielen das jetzt auf anfänger ey da hab ich's zumindest letztes mal nur geschafft alter ist das peinlich ey boah gleich gleich die grüne dna erwischt super ich weiß zwar ehrlich gesagt gar nicht mehr was sie bedeutet ich weiß nicht ob's auffällt aber der schwierigkeitsgrad ist auf einfach deutlich niedriger naja früher als kleines kind hab ich das immer auf einfach noch durchgespielt ja weil ich halt so ein harter kerl war ja und was wir auch gleich machen können doch das machen wir alter das ist so hardcore ähm ich weiß nicht dass es ein achievement gibt dafür dass man diese beiden die beiden ersten bosse in der anfänger loser form also was heißt loser form halt weißt du schon in der nicht so ganz so hardcore form tötet also in in ohne sich zu entwickeln ne ja wenn man wenn man das hinkriegt dann kriegt man irgendwie ein Eis oder so ja dann kriegt man was ganz besonders tolles das können wir eigentlich auch gleich mitnehmen wenn wir eh schon da sind ja ich weiß es ist voll cheaten und so ähm aber ach ganz ehrlich ob ich das jetzt auf normal hole oder auf ding ist eigentlich relativ egal glaube ich scheiße zu früh doch hat sie beiden noch erwischt haha ist das bitter und wie hier jeder sehen kann absolut hardcore und zumindest in dem Level wäre es ja das auch noch so also ich meine schaut euch das doch mal an das ist doch gar nichts ah ok wir müssen nur einen Gegner töten und dann sind wir auch schon im nächsten Level also viel verpasst haben wir nicht ich ich Vielen Dank.